So Leute, da sind wir wieder zu Let's Play Getting Up und wir sind jetzt hier im Gamesviertel und wir starten einfach voll durch. Ja, natürlich wollen wir das Black Book vorbereiten. Wir haben nämlich paar neue. So sieht's aus. Nehmen wir mal. Ah, wir bleiben bei dem. Nehmen wir das hier. Das ist cool. Haben wir noch irgendwas Neues? Neue Throw Ups. Ja, ein paar, ein paar. Nehmen wir das. Oh, Wild Styles. Ah, das nennen wir. Da kann ich mitlegen. So, und los geht's. Gelbes Viertel. Oh. Oh, ich glaub da haben wir das erste Mal richtig mit der CCK zu tun. Das ist hier die Polizei, Sonderkommando, Einheit, irgendwas, könnte man so sagen. Da war ich also. Mitten in der Höhle des Löwen im Herzen des Werner-Gebiets. Das ist meine Chance, die Show zu vermasseln. Jeder soll wissen, dass Train hier war. Ich geh über drei Pieces von Gabe im Hof. Naja, sprüh mal fertig. Dann können wir das noch besser versauen. Du hast doch was vergessen, Kumpel. Da oben wirst du doch gar nicht mehr sprühen. Sprüh doch mal rechts. Denn nicht. Selbst schuld. Ey, bis später. Unsers hat viel mehr Style. Unsers ist das Beste. Joa. Train. Hier waren... Eh, was ist eh nochmal? Auf dem Xbox-Pad. Ich glaub der... Ja, der ist richtig. Ah, das reicht schon. Gabe. Also ihr merkt, unser Dosen-Druck ist erheblich genial. Also unser Dosen-Druck ist wirklich spitze. Der ist schon wirklich verdammt gut. Verdammt gut. Verdammt gut. Geht schon schnell. So will ich das haben. Schnell und sauber. War hier nicht irgendwas? Ah, Leben. Reu nicht. Okay. So. Gehen wir mal hier hoch. So. Hier hoch. Und hier hoch. Na nehmen wir mal hier hoch. In Ruud. Was ist denn das für Lärm? Wir hören wirklich? Wir hören wirklich. Ja, wusste ich nicht. Ich kann euch hören. Okay. So. Wo war noch eins? Wo? Ach so, da oben. Oh, kein Problem. Gabe. So. Dann ist das jetzt auch nicht immer so sehr belangweilig, wenn wir hier mal was sprayen müssen. Denn unser Dosen-Druck ist ja halt schon besser. Deswegen geht's dementsprechend schneller. Das freut mich. So. Gehen wir wieder runter. Was ist los? Oh, der hat ganz schön viel Leben verloren. Holen wir uns heben und machen das Leben wieder voll. Yay, yay! So. Hier war alles, ja? Ah, okay. Hier ist nichts. Ist das nicht bitter? Was jetzt, Kleiner? Er bombt, glaub ich, irgendwas in blau. Wenn er mal anfangen würde. Er sieht vielleicht komisch aus. Na komm, den besiegen wir mal ehrlich. Wach auf, wir sind noch nicht fertig. Wach auf, wir sind noch nicht fertig. Damit hier mal ein bisschen Action reinkommt. Komm, ich helf dir. Schaff mir! Ja, Mann, ich geb dir einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Na komm hoch. Okay, jetzt geht's los. Aus dem Weg! War wohl nichts. So. Ja, Train, hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wa? Jetzt sehen deine Graffitis mal richtig geil aus. Das ist ein schickes Wildstyle, was du da hingehauen hast. So, Leute, wir müssen ja noch unsere Augen offen halten nach, äh, versteckten Extras. Wie zum Beispiel, ähm, ja, iPod-Songs. Bringt nämlich extra Punkte. Und ihr wisst, ich mag Punkte. Oh, so haben wir mal gesprüht, aber das war mal. Jetzt sprayen wir so ein bisschen schneller. Das finde ich immer noch toll. Hehehe. So. Jetzt muss das auch gleich fertig sein. Genau. Was steht da? Hello, my name is... Wie nennt der Typ sich? Oh, na, ich seh so nichts. Jest? Okay. Okay. Who jest? Ah, das. Das kann ich hier verwenden. Achso, ich weiß schon, wo das ist. Die Erinnerung an ein Level kommt immer wieder zurück. War hier nichts? Hm. Anscheinend nicht. Das ist der krankste Schritt, den ich jemals gesehen habe, ey. Ja, auch ein bisschen mehr zu tun. Teige zwei Pieces von Gabe. An der Subway. War das jetzt Unterführung oder Überführung? Unterführung? Überführung gibt's das überhaupt? So. Ne, ne? Ah. Passt. Irgendwo musste man doch hier noch Tags machen, oder nicht? Ach, nö, du Penner. Halt immer aufs Maul, hör mal. Die können auch nix alleine, ne? Nö. Ja, und wo sagt wer? Der, der gegen, äh, drei gegen einen macht. Alter Schwede. Lass doch mal das Brett fallen. Wer ist hier das Tolle, hä? Hältst du dich für tough? Ey, du glaubst du bist ein Hustler? Dann hustl doch mal! Ja, hat man gesehen. Oh Mann. Okay, wenn du das so sehen willst. Aha. Komm schon, Mann, ich helfe dir. Halt zum Maul. Mein Foto, bitte. Kapiert. Ganz dringend Augen offen halten nach. Neuen... Tags. Ich mein, irgendwo war hier zum Dosendruck erhöhen. Irgendwo war hier eine. Da! Wusste ich. Nochmal erhöht der Dosendruck. Lol, Leute, das ist schon wirklich awesome. So, das geht doch schon ziemlich schnell, ne? Äh, wo mussten wir denn... Hier... Kein Tag? Nee, warte mal da... Aufs Geländer mussten wir noch... Und hier musste man irgendwo Tags... setzen. Ich hoffe einfach mal, ich treffe jetzt. Joa... Geht voll durch. Hier oben war auch was. Okay. Hier musste man, glaube ich, Tags setzen. Bitte sag mir, dass ich mich nicht täusche. Ach nee! Hier konnte man einmal rüber. Dann hätte man ungesehen hier oben hinkommen können. Na egal. Wir sind hier schon... relativ sauber reingekommen. Achso, gut. Hier kann man gehen, ähm... Das will ich ja noch nicht, ne. So haben wir mal gesprüht, ey. Unglaublich. Ich bin der festen Meinung irgendwo... Wie kommt man denn jetzt da rüber? Ich weiß das gar nicht mehr. Musste man einfach... Da... Darüber... Achso, gut. Da kommt man gleich von der anderen Seite ran. Weiß ich Bescheid. Sekunde. Wo ist jetzt der Blaue, der Blaue, der Blaue, der Blaue? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht! Da oben. Okay, gut, da können wir hin. Ganz easy. Da haben wir das auch gleich geschafft. Sind wir da durch. Aber gleich wird's noch auf jeden Fall viel schwieriger. Da werde ich den Part noch mal teilen. Weil wir haben jetzt auch schon unsere 15 Minuten erreicht. Und ich bin der Meinung, gleich kommt ne Cutscene. Äh... Mit diesem einen... Äh... Riter, den wir da in der U-Bahn getroffen hatten. Äh... Äh... Aha. Ja, solche Kameraperspektive finde ich irgendwie immer scheiße. Am besten ist immer noch gerade auf das Graffiti drauf. Dass man auch richtig sehen kann, was man da macht. Hier kannst du das ja voll beschissen sehen. Du weißt ja nicht genau, wo ist der Arm jetzt vom Train. Ist er oben oder eher unten? Das... Sieht man nicht wirklich. Finde ich. Ich glaub das waren da jetzt alle. Aber wir können nochmal hier einmal so rum. Vielleicht haben wir irgendwo Tags vergessen. Ja... Na ja, haben wir nicht. Den geht jetzt wieder zurück. Und da runter. Oh. Okay, cool. Pass auf, ey. Wenn du in Gabes Versteck willst, musst du nur auf dem Fleischlöster warten und heimlich mitfahren. Gabes Versteck ist im stillgelegten Bereich des Schlachthofs. Na, was sagst du jetzt? Ich kenn mich aus, was? Kann ich jetzt bei deiner Crew dabei sein? Hab ich dir doch gesagt. Was hat's dir denn gebracht, allein loszuziehen? Nur ein paar auf die Fresse. Du brauchst Backup, Mann. Die Vendals meins ernst. Komm schon. SFC. Ist das cool oder was? SF? Still free? Still free Crew? Ich übe, Mann. Das gefällt mir. Pass mal auf, dein erster Job hier als neuer Rekrut ist mir einfach den Rücken freizuhalten, okay? Und nervt mich nicht, Mann. Biatsch! Bin ich mit down, Mann! Ja, Leute. Würde ich sagen, passt das für den Part und wir machen hier gleich weiter im nächsten Part. Da haben wir auch wirklich reichlich zu tun. Wird auf jeden Fall witzig mit den CCKs. Ähm, ja Leute, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute.